Hey, Alter. Wie geht's? Hm, ging schon mal besser. Meine Eier sind groß wie Tennisbälle. Und die Farben da unten ist alles grün und blau. Anna hat da gerade ganz die Kringelblumensalbe draufgeschmiert. Die tut ganz gut. Ich hab dir aus der Apotheke die Hodenbank geholt. Schiebst du am besten sofort runter, ne? Alter, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich kann mich keinen Millimeter bewegen. Das sind solche hellen Schmerzen. So, und da geht es auch schon los. Im Prinzip nimmst du das Hinterteil hoch. Ich heb dann deine Verletzung an und schieb dir die Bank drunter. Alles klar? Ui, 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 ui. Oh, da erkennt man ja kaum noch was. Komm, lass es hinter uns bringen. Alles klar, gut. Und los. Ui, ui. ł